Da der Schwerpunkt der Angriffspunkt der Schwerkraft ist, steht ein Körper fest, solange der Körper im Schwerpunkt unterstützt wird. Wie ist das bei einer Schuhschachtel? Der Schwerpunkt liegt in ihrer Mitte, kann also nicht direkt unterstützt werden. Denn schiebt man die Schachtel über den Rand des Tisches, bemerkt man, dass sie fest auf dem Tisch steht, solange das vom Schwerpunkt gefällte Lot den Tisch trifft. Es gilt also, ein Körper steht fest, solange das vom Schwerpunkt gefällte Lot die Unterstützungsfläche trifft. Trifft es nicht mehr, kippt der Körper um. Wenn wir den Schwerpunkt nun durch Hinzufügen eines Gewichts verlagern, kann die Schachtel soweit über den Tisch hinausgeschoben werden, dass sie nur mehr auf einem Eck steht. Auch einen Papierschmetterling kann man durch verlagende Schwerpunkts darzubringen, auf seinem Kopf zu stehen. Dazu werden Münzen in die Spitzen der Flügel geklebt. Durch eine veränderte Massenverteilung kann der Schwerpunkt verlagert werden. Der Schwerpunkt spielt auch eine große Rolle für die Standfestigkeit eines Gegenstandes. Die Standfestigkeit der leeren Schuhschachtel ist größer, wenn sie mit dem Boden aufliegt, als wenn wir sie auf die schmale Seite legen. Die Standfestigkeit ist also größer, umso größer die unterstützte Fläche ist. Füllt man die Schuhschachtel zum Beispiel mit Reis, so wird sie dadurch viel standfester. Die Standfestigkeit wird größer, je größer die Masse des Körpers ist. Betrachtet man eine Flasche, so ist diese viel standfester, wenn man ein wenig Flüssigkeit einfüllt. Dadurch wird der Schwerpunkt nach unten verlagert. Die Standfestigkeit kann also erhöht werden durch Vergrößerung der Unterstützungsfläche, Vergrößerung der Masse und Verlagerung des Schwerpunkts nach unten.